servus und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf eiskalt tv der gute kevin ist mit am start heute sieht es wieder folgendermaßen aus wir haben ein paar packs am starten nicht nur weekend league belohnung von meiner ersten weekend league die ich außerdem mit 14 zu sechs abgeschlossen habe die restlichen zehn spiele dafür blieb mir leider am ende keine zeit die anderen spiele habe ich relativ gut bestreiten können aber ich wäre nicht der walle wenn ich nicht noch andere packs vorbereitet hätte die ich natürlich auch noch im store habe das ganze sind die highlights vom live stream von gestern gibt euch das best of vom gestrigen live stream haut rein viel spaß mit den packs oh mein gott bin ich halb gerade die wischen rivals belohnungen holen wir die erstmal ab und dann gehen wir rein hier nehmen wir die untauschbare packs mit damit wir auf jeden fall ein paar packs habe wir sind natürlich gold drei rangekommen da und dann nehmen wir die untauschbaren mit qualifikationspunkte brauchen wir nicht wir haben ja genug in der champions league geholt sollte ich gerade sagen gold 3 und das sind sie zwei mega packs einzelnen spieler bei 30.000 münzen 2000 qualifikationspunkte und zwei spieler aus drei aus sechs sozusagen also einer aus drei jeweils also wir können auf jeden fall wenn wir im team der woche haben wir gesehen mertens ist drin timo werner ciao mario quaresma ist noch drin glaube ich auch mit 86 wäre natürlich nice wenn man davon einziehen würde wenn nicht leben geht weiter erste spielerwahl 2018 fifa 19 let's go ok das geht doch nicht egal kevin wo ist deine nasen mann dein ohrleppel oder ich weiß nicht du musst mit den passen alle alle das drüben drin 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 doch kevin 26 versucht mit dem ohrleppchen die x-taste des controllers zu treffen wer noch timo werner 86er karte 95 tempo 84 schuss oh mein gott ist es gut ist der zweitbeste spieler um die serie diesjährigen diesjährigen team der woche und wir fangen an mit meinen wöchentlichen jumbo premium gold spieler sets das sind die schlechtesten muss man an der stelle sagen die schlechtesten packs ich habe walk out ich wurde getrolt des todes bitteschön aus dem 80er aber schon inform hat wenn ihr war es jawohl blind oder blind blind 82 info eines nehmen wir mit man kevin was hier kommt zu seltene megapacks seltenes elektrum spieler set also noch mal 6 geltene goldspieler hier sechs seltene sechs seltene 12 seltene goldspieler da drei efa champions league spieler oh mein gott erst so viel wert erst so viel wert nein können wir das überspringen wenn wir es raus karte ist todes kommt schon die mir doch mal ein workout man freunde das geht nicht ich mache mit links da während ich da ich habe gerade gedacht ich habe gerade gedacht was da kommt da bin ich dumm mein gott es war so die antwort okay wir gehen hier drauf division rivals belohnungen er hat gesagt für die spannung weil er hat einfach so krass gespielt okay er hat so gut gespielt er hat sich einfach platz eins erspielt hier sind seine belohnungen wir sollen die tradable packs nehmen er hat sich rang 1 der division 4 erspielt finna respekt an dieser stelle so viel zeit hätte ich nicht beginne seine put champions belohnungen er hat 17 siege geholt er ist platz gold 2 geworden platz gold 2 okay alles klar grüße gehen raus finna beobachtet uns okay zwei spiele war okay ein seltene goldpack zwei seltene megapack 45.000 müssen und wir gehen rein in die spieler für finna für dich öffnet das mikrofon er will werner mein gott er wird sich übel freue oh mein gott finna wie gerade eben auch schon werner oder mertens werner oder mertens okay romanioli aber hey vier und acht alter er hat anders und also ich habe 84er und 86er er hat einen 480er und 86er er hat einen 480er und 86er ist das fair auf alle menschbar walkout inform belgien was denkst du da bitte also ich weiß schon wie jetzt wie das video heißt größter troll einfach nur belgien in form walkout ja seht selbst auch kommen hat die pakt so du grad hast kommi ey informiertens wie wärs nein nicht mal walkout nicht mal walkout oh ne ich nicht so kratzen so kratz ist manulas ja manulas das ist was wert aber wenn es jetzt nichts wird ich sag's dir nö alter das kann doch nicht sein also das war unsere weekend league belohnungen für diese woche finna war auch dabei im stream ist er wieder weg stream ist beendet wir hauen rein ihr haut rein ihr vergesst nicht die glocke zur aktivieren um immer wieder dabei zu sein schön dass ihr da wart schön dass ihr zugeschaut habt turn up stay high slgh haut rein man kevin und und Bis zum nächsten Mal.